Fotoshooting bei Polik in Traunstein. Im Fokus Natalie und Selina mit ihren neuen Korsetten. Bei beiden wurde eine Skoliose diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Um das Fortschreiten zu bremsen und Folgeschäden zu vermeiden besteht, besonders in der Wachstumsphase dringender Handlungsbedarf. Eine Therapieform ist das Tragen eines individuell angepassten Korsetts. Ganz schön lästig, oder? Ja, am Anfang schon komisch, aber dann muss man es einfach akzeptieren und dann... Es gibt Schlimmeres. Ja, einige Schlimmeres. Mit dem patentierten Simbrace-Verfahren hat Polik eine Technologie entwickelt, die eine exakte Anpassung ermöglicht. Simbrace ist ein neues einzigartiges Verfahren in Artomietechnik, das uns Artomietechniker erlaubt, die Artesen zu simulieren auf Funktion und Passform, bevor wir sie bauen. Wir haben also früher immer mit Gipsabdruck die Hände am Körper gehabt und jetzt übernimmt das einfach eine Vorrichtung, die die Hände simuliert, genau eingestellt werden kann auf den Druck und auf die Korrekturpunkte, wo sie genau benötigt. Über eine bewegliche Mechanik wird die optimale Passform des späteren Korsetts simuliert. Eine große Erleichterung sowohl für die Techniker als auch für die Patienten, denn die Simulation macht den klassischen Gipsabdruck überflüssig. Wir können halt uns vorher schon sicher sein, dass die Passform gewährleistet ist von dem Korsett letztendlich und nicht wie beim Gipsabdruck, dass die Patienten oder die Kinder einfach auch den Gips sehr eng und beklemmend gefunden haben. Auch das ist jetzt nicht mehr gegeben. In diesem Simbrace-Verfahren stellen wir dann den Patienten ein und schauen dann, wie die Korrekturpunkte sind, fixieren uns von unten nach oben, also zunächst einmal das Becken und dann den oberen Bereich, den Rumpfbereich und korrigieren ihn dann in dem Moment und können dann mit dem Patienten zusammen so eine Simulation machen. Die Zeit, die früher zum Gipsen verwendet wurde, nehmen sich die Orthopädie-Techniker nun, um gemeinsam mit einem Physiotherapeuten die optimale Korrekturstellung auszuloten. Auch aus therapeutischer Sicht ist Simbrace ein riesen Fortschritt. Jetzt können wir viel, viel präziser arbeiten und natürlich kann ich als Therapeutin auch gleich vor Ort im Abdruck noch Bedenken äußern, äußern, was sehe ich, steht eine Schulter hoch, es kommt ein Schulterblatt raus, der Patient steht schief, der Patient kann die Beine nicht heben. Das sind alles Sachen, die wir jetzt aktiv testen können, während wir den Abdruck machen und das ist ein riesen Fortschritt. Selbstverständlich sind auch die behandelnden Physiotherapeuten gerne eingeladen mitzukommen und die Anpassung zu begleiten. Sind die optimalen Einstellungen gefunden, wird über einen 3D-Scanner ein digitales Modell erstellt. Aus diesem Modell wird anschließend in der CAD-Abteilung des Hauses die eigentliche Korsettform modelliert. Der Datensatz wird an eine CNC-Fräse übertragen, die aus einem Schaumstoffkörper die Rumpfform des Körpers herausarbeitet. Im Anschluss wird auf diese Form das eigentliche Korsett gezogen. In einer ersten Anprobe werden Korrekturen an der Korsettform vorgenommen. Dank Simbrace hat sich der Tragekomfort wesentlich verbessert. Das Ergebnis ist sehr, sehr gut. Was man im Korsett 2-3 Mal machen musste, weil sie nicht passen, weil man das gar nicht beim Gipsen alles mit einbeziehen konnte, das fällt halt alles weg, weil man beim Simbrace-Verfahren sehr, sehr gut auf alles eingehen kann. Dadurch sind die Erstanproben schon deutlich weiter wie die Erstanproben mit einem Gipsabdruck. Zurück im Polig-Fotostudio. Nathalie und Selina haben sich längst an ihr Korsett gewöhnt. Auch für Familie, Freundinnen und Schulkameraden gehört es längst zum Alltag und ist keiner Rede mehr wert. Polig wird die beiden Teenager durch ihre Korsett-Zeit begleiten und bei Bedarf Änderungen und Verbesserungen vornehmen. Also man fühlt sich sehr aufgehoben und sie kümmern sich auch um einen. Und wenn man dann, wenn man was will oder man Druckstelle hat, dann kann man jederzeit herkommen und die haben dann immer gleich da für einen. Die Simbrace-Technologie wird in allen Polig-Niederlassungen angeboten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Simbrace-Technologie wird in allen Polig-Niederlassungen angeboten.